Ich wäre auch nicht zu dir gekommen, wenn nicht erstens mal Imp von dir immer so einen höchsten Tön spricht. Bisschen verschwurbelt halt, aber das finde ich gerade auch sympathisch. Die 9-11-Stahlträger und der ganze andere Bums, Illuminaten, Echsenmenschen, Hohlerde, die ganze Scheiße halt. Dann ist das halt lustig. Du hast ja auch jetzt gerade zum Beispiel 9-11, Hohlerde und Echsenmenschen in einem Satz gesagt. Und ich sage bei Hohlerde und Echsenmenschen, das ist schön Fantasie und da kann man sich ein bisschen was ausmachen. Aber bei 9-11 gibt es halt wirklich Evidenz, wo man sagt, ey, das geht irgendwie nicht so auf. Hört auf, euch differenziert miteinander über irgendwelche Sachen auseinanderzusetzen. Hört auf, irgendwie die herrschenden Verhältnisse zu kritisieren oder irgendwas, was euch eingetrichtert wird. Sobald das passiert, hier ist euer Hammer, haut dem anderen damit auf den Kopf. Damit ist die Diskussion beendet. Der hasst euch jetzt, ihr seid gespalten. Das Gespräch ist beendet. Wir sind eigentlich eine Menschheitsfamilie. Was geht hier eigentlich ab? Geht es uns gut? Geht es uns nicht gut? Sind die Leute, die uns die Regeln hier machen und die über uns entscheiden? Sind es gute Leute oder nicht? Das heißt, wir kämpfen als Bevölkerung quasi darum, dass die Politik wieder uns gehört. Weil ich glaube halt wirklich, dass wir Menschen früher offensichtlicher versklavt wurden. Und diese neuartige Versklavung ist halt so, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, dass wir versklavt sind. Weil wir denken, wir können alle vier Jahre wählen und wir haben einen Vertreter und so. Und ich glaube, das soll uns einfach suggerieren, dass alles gut ist. Aber im Endeffekt ist nicht alles gut. Glaubst du an Gott? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Hallo? So, jetzt, Digga. Hey, Kai, der Jutze, Digga. Was geht ab? Wie geht's hier? Ey, grüß dich, Mann. Brauchst du ein Camp oder was? Ja, ja, warte mal ein Camp an, warte. Ja, ja, warte, warte. Warte, wie kann ich hier drauf? Läuft, ist jetzt halt ganz viel komischer Ausschnitt mit drauf. Da ist er, da ist, ja, guck mal bei mir, Bro. Warte, ganz kurz, warte, warte. Ich hab normalerweise so Zeug abgeschnitten hier an der Seite, ne, aber fuck it, ey. Hast gerade aufgehört zu streamen, sagst du, wa? Ja, 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 wir haben gerade dreieinhalb Stunden Stream gemacht. Warte, du bist ein bisschen leise, Digi. Kannst du selber lauter machen oder soll ich dich lauter machen? Mach du mich lauter. Mein Sound ist eigentlich für meinen Stream echt gut eingestellt, so. Okay, warte. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie an den Reglern rumdrehen. Warte, 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 warte. Sag nochmal was. Hallo, hallo, Test, 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 Test. Ja, so müsste eigentlich passen, Digi. Let's go, let's go. Wie geht's, alles gut? Ja, also ich hab übel Hunger. Wie lange hast du gestreamt jetzt? Dreieinhalb Stunden nur. Also heute war relativ normal. Nur vor allem. Ja, ich mach eigentlich immer so drei, dreieinhalb Stunden aus der Kiste, aber ich hab hin und wieder halt mal so vier, fünf, sechs oder so, ne. Aber heute war echt gut, Mann. Wir haben heute echt wieder einen guten Stream gehabt. Ey, das Discord, Alter, das ist alles Voodoo-Shit. Ja, ey, ich bin erst jetzt langsam auch erst reingekommen in den Laden so. Ich war früher auch echt schlecht, was diese ganzen Discord-Sachen angeht. Ich wusste nicht mal, wo Freundschaftsanfragen sind, Digi am Anfang. Alter, Schwede. Ey, ich sag dir, wir sind vor allem bei Discord, das irgendwie in OBS reinzukriegen, das irgendwie auszuschneiden. Dann musst du da irgendwie drin rumdrücken. Dann sehen die Leute statt der Kamera irgendwie Teile vom Discord-Fans. Ey, es ist zum Kotzen, Mann, ich sag dir, wir sind. Ja, ja, du musst... Ja, aber geil. Ich hab so einen Live-Kanal, wenn du auf den Kanal draufklickst und dann einfach das groß machst. Also ich hab jetzt uns beide direkt nebeneinander so. Das geht eigentlich easy. Ja, aber geil, Alter, ey. Danke für den Rate auf jeden Fall. Gerne, 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 gerne. Ich wär auch nicht zu dir gekommen, wenn nicht erstens mal im von dir immer so in höchsten Tönen spricht. Ach echt, ja? Dass du... Hm? Was sagt er denn? Er sagt auch, du bist ein super netter Typ, super lustig, bisschen verschwurbelt halt, aber das find ich grad auch sympathisch. Ja, ja. Ich mag auch Schwurbeleien sehr, sehr gerne. Nice. Das feier ich. Auch wenn meine Schwurbeleien tatsächlich immer ein bisschen ernsterer Natur sind. Inwiefern? Richtig auch nie so öffentlich, ne? Ach so. Im Äußeren im Normalfall. Eher privat, sagst du? Ja, es gibt ja viele Sachen, wenn du die irgendwie äußerst, ne? Und das auch nur als Gedankenexperiment irgendwie sagst. Da kommen wieder Leute her und hauen sich dann irgendwie tot mit irgendwelchen Vorwürfen und so, ne? Aber wir privat, wir lachen uns ja teilweise schon ziemlich einen Abfall, wenn es dann Richtung Epstein und so geht, ne? Und ah, schwierig, Digga. Ich find's halt krass, dass das... Ich find's halt schade, dass Leute nicht mehr trauen, sich quasi das auszusprechen, was sie auch im Privatleben so erzählen, weil die dann damit rechnen, dass die irgendwie gecancelt werden oder irgendwie negative Konsequenzen davon haben. Das fuckt mich richtig ab. Deswegen übertreib ich auch in der Öffentlichkeit extra manchmal ein bisschen. Einfach, um das so ein bisschen aufzubrechen, so, weißt du? Weil es kann nicht sein, dass du nicht einfach in der Öffentlichkeit sitzen kannst und mal so eine Meinung äußern kannst, ohne jetzt... Ich mach ja auch oft so, ich lass es ja auch meistens offen, weißt du? Ich bin ja jetzt von den meisten Themen gar nicht jetzt so heftig überzeugt, bei ein paar Themen schon, aber die meisten Themen sind ja so, wo ich mir sage, wir gucken uns das mal an, stellen uns mal vor, als ob das so wäre und dann schwurbeln wir da mal ein bisschen rein, aber das muss ja nicht mal eine hundertprozentige Meinung sein, so, weißt du? Eben. Ich mein, du kannst das Ganze auch einfach so als Fantasie-Experiment nehmen. Was wäre, wenn, wie du schon so schön gesagt hast. Ja, genau. Und das macht ja auch Spaß, das war ja auch ursprünglich so der Ansatz von Verschwörungstheorien, dass man sich so früher so reingezogen hat, von wegen die 9-11-Stahlträger und der ganze andere Bums, Illuminaten, Echsenmenschen, Hohlerde, die ganze Scheiße halt. Dann ist das halt lustig, weil man da Bock hat, drüber nachzudenken und sich die Szenarien auszumalen. Und teilweise, man findet dann teilweise auch Dinge, wo man dann sagen muss, so, oh krass, weißt du, da ist dann vielleicht auch sogar was dran. Also bei, bei jetzt so bei Echsenmenschen und Hohler Erde und so, da war ich nie so überzeugt von, weißt du? Weil gerade bei Echsenmenschen und so, ich glaube, da gibt es ein paar Theorien, die einfach so auch so ein bisschen Psy-Op-mäßig genommen werden, um die ganze Bubble halt lächerlich aussehen zu lassen, so, weißt du, wie ich meine so ein bisschen? Richtig intelligenter Punkt, das du gerade sagst, weil ich bin der festen Meinung, der festen fucking Überzeugung, dass dieses Ganze gegen Verschwörungstheorien zu gehen und dass man dann quasi alle als Schwurbeler und als Verschwörungstheoretiker irgendwie bezeichnet hat, nur dafür da ist, um tatsächliche Verschwörungen, die passieren, kaputt zu machen. Weil dann schmeißt man die einfach so zusammen, so, das ist das Gleiche. Ja, ja, so wie gerade auch, du hast ja auch jetzt gerade zum Beispiel 9-11, Hohle Erde und Echsenmenschen in einem Satz gesagt und ich sage, bei Hohle Erde und Echsenmenschen, das ist schön Fantasie und da kann man sich ein bisschen was ausmachen, aber bei 9-11 gibt es halt wirklich Evidenz, wo man sagt, ey, das geht irgendwie nicht so auf, weißt du? Wie genau das gewesen ist, kann ich dir natürlich auch nicht sagen, aber da gibt es ein paar Sachen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie sie uns gesagt haben und wenn man das halt alles in einem Satz nennt und wenn man das alles miteinander verbindet, dann macht es das halt so, ja, dann bist du halt ein Verrückter, wenn du dich mit 9-11 auseinandersetzt, weißt du, bist du automatisch ein Echsenmenschen-Guy. Ich meine, in der letzten Konsequenz ist es ja quasi Kritik oder Fantasie über eine Kritik der Herrschaft, ne, weil du sagst ja, diese Verschwörungsgeschichten, vor allem die, die sehr, sehr spicy sind, das betrifft immer Regierungen, das betrifft immer Geld, das betrifft immer mächtige Menschen, verstehst du, da rede ich jetzt nicht von den Juden oder so, da rede ich einfach von Leuten mit Geld oder Leuten mit Macht, ne, und sobald es dann geht, dass man in deren Richtung irgendwie versucht, sich zu bilden und, sag ich, zu Machenschaften oder besondere Ereignisse miteinander in Connection zu bringen, ab da kriegst du dann den Verschwörungshammer oben drauf. Kriegst du direkt die Keule. Und den Antisemitismus, wie du es gerade gesagt hast, du musstest es selber jetzt gerade nochmal in dem Satz sagen, ja, da geht es jetzt nicht um Juden und so, weil du auch genau weißt, dass wenn du über Eliten redest oder über Leute, die eventuell viel Geld und Macht haben, dass dann auch sofort die Antisemitismus-Keule dann um die Ecke kommt, so weißt du. Und das ist halt echt, diese ganzen Keulen meiner Meinung nach sind genauso, wie du gesagt hast, die sind dafür da, damit die Leute sich nicht mit diesen Sachen beschäftigen und wenn sie sich mit den Sachen beschäftigen, nur im Verborgenen und ja nicht in der Öffentlichkeit sagen, dass du dich damit beschäftigst, weil sonst bist du direkt da drin, so weißt du. Und das finde ich eine Sache. Da habe ich die Schnauze voll von. Ja, das ist auch blöd, so weißt du, weil so, wie willst du dann einen freien Meinungsdiskurs und wie willst du über alle Themen reden können, wenn jeder so einen Filter im Kopf hat und das bevor du einen Satz in der Öffentlichkeit sagst, musst du erstmal durch acht Filter durchdenken, okay, was darf ich überhaupt, nee, das könnte Antisemitismus, da könnten sie mir Echsenmenschen, Verschwörungen, ja, scheiß drauf, da mache ich einfach irgendwie Try-Not-to-Love-Challenge, passt schon. Vor allem, du musst überlegen, was das ja auch für die Beziehung zwischen den einzelnen Menschen bedeutet. Ja. Zwischen dir und mir oder dir und deinem Kumpel oder irgendwie Diskussionen in Online-Bereichen. Du gibst den Menschen ja quasi ein Werkzeug in die Hand, um sämtliche kritischen Diskussionen einfach so zu beenden. Das heißt, weil es vor allem legitim ist. Zum Beispiel Antisemitismus-Vorwurf bei Israel-Kritik, also Regierungskritik oder Ähnliches. Du nimmst einfach ein Werkzeug in die Hand und gibst es der Bevölkerung und sagt, hört auf, euch differenziert miteinander über irgendwelche Sachen auseinanderzusetzen, hört auf irgendwie die herrschenden Verhältnisse zu kritisieren oder irgendwas, was euch eingetrichtert wird. Sobald das passiert, hier ist euer Hammer, haut dem anderen damit auf den Kopf, damit ist die Diskussion beendet. Der hasst euch jetzt, ihr seid gespalten. Das Gespräch ist beendet. Und das sorgt auf gesellschaftlichem Level, also jetzt, wie Leute miteinander halt quatschen dafür, dass die Leute weniger eins sind. Und das ist eines der ältesten Machtinstrumente der Welt. Teile und Herrsche. Teile und Herrsche. So sieht's aus. Macht ja auch Sinn. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich jetzt irgendwie ein Regierender bin und ich will meine Bevölkerung unter Kontrolle haben, dann etabliere ich solche Mechanismen, damit es halt genau so passiert, wie du's gerade gesagt hast. Und schmeiß immer mehr Spaltungsmechanismen und Themen rein, wo wir uns gegenseitig auf den Sack gehen und nicht mehr akzeptieren. Aber wir könnten das halt umgehen, wenn Menschen anfangen, bewusster zu werden und zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die anders sind, eine andere Meinung haben, andere Religion, anders leben, was auch immer. Wenn wir uns mal wieder akzeptieren würden, dann könnten die so viele Themen, wie die wollen, reinschmeißen, um uns zu spalten. Aber wir sagen dann, nee, ich akzeptiere meinen Nachbarn, weil der ist ein Mensch und der gehört zur Menschheitsfamilie dazu. Und ich respektiere den und seine Lebensart und Weise und ich komme auch damit klar, dass er eine andere Meinung hat als ich. Weißt du, das müssen wir alle wieder lernen, habe ich das Gefühl so ein bisschen. Ich glaube, eins der Hauptprobleme, die wir als Menschheit heutzutage haben, ist, dass wir in einer Welt leben, vor allem im Westen, vor allem im Westen und allen westlich orientierten Ländern im Osten, dass uns eingetrichtert wird, wir müssen uns auf die Unterschiede zwischen uns konzentrieren. Was unterscheidet mich von meinem Nachbarn? Was ist das, was er mehr hat? Was ist das, was er besser kann? Und dann den Neid mit einzubauen. Oder dass man den Leuten sagt, schau nicht das darauf, was euch eint, was euch verbindet, sondern schau darauf, bitte schau darauf, was euch unterscheidet. Und dann konzentrier dich nur darauf. Konzentrier dich darauf, dass du dich dann von dem, mit dem dich eigentlich sehr viel verbindet, dass du dich trennst von dem. Perfekt. Verstehst du? Es ist wirklich so. Und wenn du einmal anfängst, das nicht zu machen und auf die Sachen zu achten, die uns verbindet, dann merkst du, dass viel mehr Sachen uns eigentlich verbinden, als dass sie uns trennen. Ja. Weißt du, was ich meine? Digga, ich gebe dir das beste Beispiel. Ja. Ja. Hier zum Beispiel in Deutschland, da redet man nicht so viel mit Arabern. Also wirklich mit Leuten, die wirklich aus Syrien kommen, aus Afghanistan, Iran, Irak, Palästina, Gaza, whatever. Mit den Leuten spricht man nicht so viel. Weil Leute sprechen nicht die eigene Sprache hier. Und in unseren Medien kommen diese Leute nicht so oft zu Wort. In den letzten Wochen habe ich wirklich, ich bin chronisch krank, ich warte noch auf meine Operationen, passieren nächstes Jahr, Anfang, wie auch immer, auf jeden Fall, ich habe Zeit. Gute Besserung. Ich habe mich sehr, sehr viel mit dem, ich habe mich sehr, sehr viel mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem... Gute Besserung, sage ich nur. Wir genießen die Sonne auf die gleiche Art und Weise, weißt du, was ich meine? Das ist so. Meinem, wir haben es ein bisschen besser hier, das kann man wohl immer so sagen. Ja, ja. Was so die materiellen Geschichten angeht. Ja, ja. Und wahrscheinlich auch die, 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 die freiheitlichen. Aber im Grunde genommen ist das Einzige, was uns unterscheidet, Sprache und die Sozialisierung, würde ich mal sagen. Und die Kultur. Ja. Verstehst du? Ja. Und selbst da gibt es ja auch Überschneidungen. Ja. Das heißt, was ich damit sagen möchte, wenn man anfängt, sich miteinander auseinanderzusetzen, miteinander zu quatschen, ja, dann wird einem irgendwann, wenn du wirklich mit offenem Herz und offenem Verstand irgendwie reingehst, dann merkst du, hey, der ist ja wie ich. So. Oder der ist ja wie mein Kumpel oder so. Und die Verschiedenheiten. Und ich bin immer so, wenn ich dann mich mit Leuten aus einer anderen Kultur, ich habe zwei Jahre in Mexiko, zweimal zwei Jahre in Mexiko gelebt zum Beispiel. Dann ist das Oberkörper frei, wie man stand. Ja, ja. Da haben wir gesagt, der flext oder was. Nee, Wante im Bre ist warm. So. Genau so sieht es aus. Und da habe ich dann auch gemerkt, so, selbst wenn es Unterschiede gibt, dann sind die für mich interessant, wenn du mit so einer Neugier da rangehst und sagst, krass, die sind anders sozialisiert, die sind, die haben eine andere Kultur, die haben andere Sachen, auf die die sich konzentrieren. Teilweise essen, tanzen. Dann ziehst du dir das rein, lebst ein bisschen damit und dann lernst du ja, das erweitert ja dein Bewusstsein so. Weißt du, es bringt ja uns Menschen nur was, wenn wir uns mit verschiedenen Arten von Menschen, ich liebe es zum Beispiel, mich mit Menschen zu unterhalten, die anders sind. Einfach komplett anders sind, weil dann kann ich eine ganz andere Perspektive auf Sachen bekommen, die ich vielleicht so nie bekommen hätte. Weißt du? Und so kann man sich halt auf die Vorteile konzentrieren. Nein, aber es ist halt, wie du selber auch leider gesagt hast, dass wir uns, glaube ich, auch auf die Unterschiede konzentrieren sollen. Weißt du, das ist nämlich das Problem. So die Medien etc. pp. sorgen auch dafür, dass wir uns auf die negativen Sachen immer konzentrieren. Da gibt es ja kaum positives Feedback. Und dann, viele übernehmen halt einfach nur das, was sie in den Medien hören und machen sich nicht selber Gedanken oder versuchen selber irgendwie, sich einfach sein eigenes Bild zu verschaffen. Weißt du? Vor allem ist es ja in allen Bereichen. In allen Bereichen, in allen politischen Lagern, in allen Medien. Selbst wenn du darüber nachdenkst, in Marvel-Filmen hast du ja auch den Superhelden, der sich über alle anderen quasi von allen anderen absetzt, weil er so mächtig ist und so eine spezielle Superkraft hat. Er ist besser als die anderen. Du hast es in der Rechten mit einem einfachen Feindbild. Die Ausländer, die sind anders als wir. Wir müssen uns von denen abtrennen. Oder bei den Linken hast du es auch ganz furchtbar mit der Identitätspolitik. Jeder hat seine eigene sexuelle Identität, sein eigenes Geschlecht und so weiter. Da werden wir voneinander getrennt. Oder in der Sprache. Du darfst nicht mehr jemanden fragen, hey, wo kommst du her, weil es rassistisch ist. Obwohl die Intention hinter der Frage, wie du gerade eben gesagt hast, hey, cool. Du schaust nicht aus, als wärst du von hier. Vielleicht hast du ja irgendwas Cooles, was du mir erzählen kannst. Irgendeine coole Kultur, was Geiles zu essen. Was macht dir, was ist deine Mentalität? Was hältst du von der Welt? Was sind deine Interessen? Und das sind alles in jedem Gesellschaftsaspekt, in jedem Bereich unseres Lebens, auf jeder politischen Seite. Überall wird einfach nur versucht, uns davon abzuhalten, uns irgendwie zu vereinen. Jeder Seite, überall. Ja, aber das ist, das ist, das ist, das ist, weil dann, dann, dann würden wir realisieren, was wir eigentlich auch für eine Macht haben, so, weißt du, weil wir das Volk, wir sind nicht viel mehr als die Leute, die versuchen uns die ganze Zeit zu, sag ich mal so. Wir sind ja im Volk eigentlich viel mehr. Und wenn wir anfangen würden, zusammenzukommen und uns zu, zu vereinen quasi und zu sagen, ey, wir sind eigentlich eine Menschheitsfamilie, so, was geht hier eigentlich ab? Wie geht's uns gut? Geht's uns nicht gut? Sind die Leute, die uns die, die Regeln hier machen und die über uns entscheiden, sind das gute Leute oder nicht? Und dann würden wir vielleicht anfangen zu merken, oh, nee, die sind nicht so gut, Digga. Ja, okay, dann lass uns mal zusammenschließen, lass mal was dagegen machen und so. Ja. Und dann sind wir ganz schnell, weißt du, dann sind wir ganz schnell da, wo sie es nicht haben wollen. Genau das, genau, fucking das. Ich nehm da immer so das Beispiel, um das quasi zu visualisieren. Stell dir jetzt vor, du stehst jetzt irgendwo von einer Menge aus, keine Ahnung, machen wir mal zehn Leuten. Diese zehn Leute wollen ja einen Kragen. Warum auch immer, die wollen ja einen Kragen. Wie ist die einfachste Methodik jetzt, die quasi davon abzuhalten, den Kragen zu gehen? Weil du spaltest so. Du sagst fünf Leuten, dass die anderen fünf Leute was recht geben wollen. Schlecht über dich geredet haben. Ja, ja. Genau. Ja. Zack, Baller an die Sicht. Ja. Zack, hast du nur fünf am Ende stehen, ne? Ja. Oder vier. Was wäre jetzt aber perfekt, wenn jeder von diesen zehn Leuten jedem anderen von denen misstrauen würde? Ja. Dann wären wir da. Ja. Verstehst du? Ja, ja, ja. Hundertprozentig. Ich sehe das ähnlich wie du. Was sind denn, weil du hast mich jetzt gerade ein bisschen neugierig gemacht, weil du gesagt hast, privat beschäftigst du dich auch gerne mal mit den einen oder anderen Verschwörungstheorien. Was sind denn da so Themen, wo du sagst, so das juckt mich oder da hab ich das Gefühl so, da geht was ab, was uns vielleicht nicht erzählt wird, irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Gibt's da was? Epstein. Epstein? Epstein. Epstein. Ich werde mich dazu nicht so weit äußern. Ja. Dann lass mich. Ich schmeiß nur was rein und ich mach da weiter. Zwei Videos von den Grenzgängerstudios dazu. Ja. Der hat, einer von den hat es. Alter Schwede. Der hat das ganze Thema auseinandergenommen, ne? Ja. Das, ja. Der hat auch ein Buch darüber jetzt geschrieben. Echt? Ich kann, ich kann, ja, ja, ich kann seinen Namen gerade leider nicht auswählen. Wenn ich aber Grenzgängerstudios Epstein, da findet er ihn. Der mit den längeren Ahnen, ne? Wie heißt der nochmal? Der mit dem Hut. Tahrir, Tahrir, glaube ich. Tahrir, ja. Ja. Der hat dazu ein Buch geschrieben. Das schmeiß ich einmal mit rein. Ja. Weil ich find's sehr interessant, wie viele Leute da spontan beschlossen haben, einen Depressiven zu bekommen, kurz bevor sie Kronzeuge in irgendeinem Prozess werden sollten, dass, und dass sowohl Epstein als auch seine Frau, ah, fuck. Maxwell? Ich bin zu lange online heute schon. Nee. Maxwell, Ginny Maxwell, genau. Ja, Gislein. Dass die beide für den israelischen Geheimdienst gearbeitet haben. Ja. Also, da hab ich noch ein paar mehr Informationen. Ja, warte. Ja. Ja. Die haben für den israelischen Geheimdienst gearbeitet. Die Kunden waren hauptsächlich sehr, 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 fünf Minuten später, sehr, 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 sehr hochrangige amerikanische Menschen, ne? Über die hat man vermeintlich belastendes Material gedreht und die haben für den israelischen Geheimdienst gearbeitet. Dann, als es rauskam, sind die so, na, dann musste man sich den entledigen, aber diese Sachen existieren ja. Und warum haben die für den israelischen Geheimdienst gearbeitet? Ja, das ist ja nicht offiziell. Und warum steht USA so hinter Israel? Das ist ja nicht so offiziell, ne, mit dem Geheimdienst. Also, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass der Vater von Gislein Maxwell hat Zusammenhänge mit Mossad und so. Das ist rausgekommen. Und dann haben die Leute darauf geschlossen, dass eventuell der Epstein auch ein Agent von Mossad ist und diese ganzen Sachen genutzt hat oder getan hat, um halt Material zu sammeln gegen gewisse mächtige Leute von der ganzen Welt. Und das wäre natürlich dann auch, die Verschwörungstheorie gibt's ja auch. Also, er hat sich ja dann auch selbst umgebracht im Knast, ne? Wo man auch sagen muss, ja, das kommt den Leuten ja gut, die da mit teilgenommen haben eventuell, so weißt du, wie ich meine. Hast du schon mal versucht, dich selbst zu erdrosseln? I don't fucking know, Alter. Vor allen Dingen in so einem Hochsicherheitsknast, ne, wo du eigentlich 24 Stunden überwacht werden sollst, weil die Gefahr besteht, dass er sich eventuell selbst, weil er Kronzeuge ist, halt, ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in so einer Einrichtung, die so hart, krass heftig bewacht ist und wo quasi ... Und du bist so ein heftiger Zeuge, dass da die Leute nachlässig werden. Ja, die haben ja ... Also, wenn ich wirklich wollen würde ... Er wäre irgendwie, der Wärter wäre kurz auf Toilette gewesen oder irgendwas und Epstein hat auf einmal zufällig das Material in seiner Zelle gehabt, mit dem er sich selbst erhängen kann. Dann haben die noch festgestellt, dass, wo die Schlaufe hing bis zum Boden, dass das nicht mal die Größe von seinem Körper war und so. Also, ganz komische Sachen sind dabei rausgekommen, wo man sich dann halt im Nachhinein fragt, so, okay, was geht da ab, so, weißt du? Und da kann man sich eigentlich schon so ein bisschen zusammenreimen, weil es ist nun mal so, dass es diese Liste gibt, wo drauf stand, wer alles auf der Insel war. Und da sind halt nun mal die mächtigsten Menschen der ganzen Welt darauf gewesen, so, weißt du? Ja, richtig. Und es ist für mich auch nicht mehr so eine krasse Schwubelei eigentlich, um ehrlich zu sein. Irgendwas steckt da dahinter, meiner Meinung nach. Also, es ist für mich gar keine Verschwörungstheorie mehr. Da ist irgendwas, was uns verborgen wird, was uns nicht gesagt wird, so, weißt du? Und du musst ja überlegen. Bis heute ist nichts ... Niemand ist mehr verklagt, in den Knast gekommen oder verhaftet worden oder nichts mehr. Die Geslam-Maxwell ist im Knast und das war's. Und so, weißt du? Ja. Und die wird auch bleiben. Wahrscheinlich wird sie dann auch sterben. Wahrscheinlich geäbsteint. Man wartet lange genug, bis Epstein vergessen ist. Und dann ebsteint die sich. Ja. Ja, wer weiß, ob die nicht schon lange ausgepackt hat, aber die ihr vielleicht nicht die Bühne dafür geben oder das einfach nicht zulassen wollen, dass sie auspackt oder so. Kann sein, ja. Man weiß es halt nicht. Und dann ist auch interessant ... Du musst überlegen, ne? Ja. Halt dir vor Augen. Wir wissen davon. Das sind Sachen, die wir erfahren haben. Normalerweise ist das absolut cold red. Ja. Das ist das, was niemals passieren darf. Epsteins Island war vorher eine Verschwörungstheorie. War genau so eins von den Themen, wo die Leute gesagt haben, nein, ach, komm, Echsenmenschen, Epsteins Island, 9-11. Immer. Was bist denn du für einer? Und wenn die ... Das ist halt krass. Und das gibt halt den Verschwörungstheoretikern oder die Leute, die hinterfragen, das gibt denen halt schon so ein bisschen Kredibilität. Oder die denken sich dann, okay, so viele Verschwörungstheorien, da sind so viele Sachen auf einmal dann zehn Jahre später, fünf Jahre ... Ich meine, für mich persönlich jetzt, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber zum Beispiel die ganze Corona-Zeit, ne? In der ganzen Corona-Zeit war ich auch jemand, der von Anfang an gesagt hat, hier stimmt irgendwas nicht. Und so. Da kann ich nicht drüber reden, weil ich nicht drin bin. Da habe ich einfach zu wenig Infos drüber. Ja, ich wollte nur sagen, dann sind diese RKI-Dokumente, diese RKI-Files rausgekommen, die wurden gelegt, quasi die ganzen Protokolle ... Ich habe die heute vom Rechner gelöscht. Die 8 Gigabyte habe ich heute vom Rechner gelöscht, weil ich ... Ich habe einfach keine Zeit, mich durchzuballern. Ja, aber dann kommt dann halt sowas um die Ecke, dann kommt dann halt sowas raus und dann siehst du, dass viele von den Sachen, die die Verschwörungstheoretiker behauptet haben, schwarz auf weiß belegbar sind jetzt so. Weißt du? Und das backt natürlich dann auch dein Denken und dann denkst du dir natürlich, okay, wo verarschen sie uns noch überall. Es gibt halt einfach Themen, wo man sagen muss, wir wissen nicht die komplette Wahrheit und das müssen wir uns selbst eingestehen, so weißt du. Ich sage jetzt nicht, also ich will nicht so abdriften, weil ich kenne auch so ein paar Hardcore-Verschwörungstheoretiker, die immer dann Theorien machen und dann sagen, das ist die Wahrheit. Ich weiß die Wahrheit und du hast keine Ahnung. So jemand möchte ich nicht werden. Ich stelle meine eigene Theorie auf, ich mutmaße, was eventuell sein könnte, ich stelle Fragen und das sollte erlaubt sein, meiner Meinung nach, so weißt du. Vor allem, ja, ich denke mal, insofern man sich so ein gewisses Maßstabend an Bescheidenheit einfach bewahrt. Ja, das ist wichtig. Ich habe die ultimative Wahrheit. Das ist wichtig. Meines Wissens nach, das ist super wichtig. Egal, was du machst, nicht mal was Verschwörungstheorien angeht. Ne, radikalisieren ist immer gefährlich, egal in welchem Themenbereich. Oder halt sagen, ey, ich weiß es, du weißt hier gar nichts, du bist ein Arschloch, ne? Ja, das ist auch wieder extreme Spaltung, auch dieses Ganze, das habe ich selbst auch nochmal hinterfragt, so mit diesem, ja, die Wokies und so, die Woken und so, die sind alle Idioten und dies, das. Und dann ist man so der Aufklärer oder Wahrheitsbewegung gegen die Wokeness-Agenda und so. Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf, um ehrlich zu sein, so, weil das ist im Endeffekt auch wieder Spaltung, weißt du. Und so. Es gibt, ich glaube nicht, dass man Menschen in Kategorien einordnen kann zu 100 Prozent. Und das machen wir zwar, das wird zwar getan, aber ich glaube, dass du als Mensch immer bei verschiedenen Themen verschiedene Meinungen hast, so. Es kann sein, dass ich bei dem einen Thema eine Meinung habe, die eher dem rechten Spektrum zugeordnet ist, dann habe ich bei dem anderen Thema eine Meinung, die eher dem linken Spektrum zugeordnet ist, so. Ich muss mich nicht einkategorieren lassen in irgendeinen, ich glaube, wir können uns eigentlich gar nicht einkategorieren lassen, aber wir machen es trotzdem, weißt du. Ich denke mal, vor allem, was die politischen Geschichten angeht, ich meine, beim Rechts sind wir uns ja komplett einig, ne? Ich meine, du wirst, keine Ahnung, rechte Hippies finden, du wirst linke Leute hören, die Black Metal hören, ne? Da sind wir so unfassbar verschieden, aber ich denke mal, was diese politischen Geschichten angeht, da gibt es ja vor allem in den, sag ich mal, in den Lagern links und rechts gibt es gewisse Denkstrukturen, ne? Und gewisse, sag ich mal, Konkurrenz in den verschiedenen politischen Positionen, die du da hast, ne? Die greifen alle sehr stark ineinander, ne? Auf beiden Seiten. Und ich denke mal, dass, wenn man noch nicht, sag ich mal, sich viel mit Politik auseinander gesetzt hat, wir haben heute alle keine Zeit dazu, außer ich halt, ne? Jetzt, lol. Wir können uns nicht damit auseinandersetzen, weil wir sind mit Arbeit 9 to 5 beschäftigt, danach müssen wir noch irgendwie einkaufen. Frau will auch noch irgendwie bespaßt werden, ne? Kids, whatever. Ne? Die Leute haben nicht unbedingt wirklich Zeit, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, weißt du? Und ich denke mal, gerade in dem Zustand haben Leute dann, da klingt was gut, da klingt was gut, aber sobald du dann anfängst, dich wirklich politisch zu bilden, ja, und dir Zeug durchzulesen, nicht mal unbedingt nur einseitig, sondern auf beiden Seiten wirst du für dich selber merken, was für dich selber persönlich mehr Sinn macht und dann wird sich das quasi in eine der beiden Richtungen langsam entwickeln, weil eben diese ganzen Positionen alle strukturell einfach ineinander greifen. Ja, aber es gibt doch gar keine Richtungen. Richtiges Links, was Links heute ist, war doch was, ist was ganz anderes als Links vor 100 Jahren. Natürlich, aber rechts ja auch. Ja, aber nein, das verschwimmt doch alles so. Die ganze Zeit entwickeln. Ja, na klar, na klar. Aber trotzdem bleiben die Struktur, in der es schwimmt, immer der, immer ähnlich und es bleibt immer so ein bisschen der Zeit eingebaut. Aber findest du es wichtig, dass man sich einem Spektrum zuordnet? Findest du es wichtig? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich finde es wichtig, dass man sein Leben so lebt, dass man, wenn man die Augen irgendwann zumacht, nichts bereut. Und dass man morgens in den Spiegel schauen kann. Das finde ich wichtig. Ich finde wichtig, dass Menschen sich bewusst sind, dass solange du nicht gläubig bist und solange wir nichts anderes herausfinden, wir eine Existenz auf dieser Erde haben, jede Sekunde einzigartig ist und man jeden Tag so nutzen soll, dass man selber damit zufrieden ist. Ja. Sich von jemand anderem diktieren zu lassen, wie man seine Zeit so verschwenden hat. Wenn mir jemand sagt, du musst das und das machen den ganzen Tag, dann sag ich nein. Erkläre mir, warum ich das, warum ich das möchten sollte. Weißt du, was ich meine? Ich persönlich, aus einer politischen Perspektive finde ich, dass ich für die Welt was ändern muss. Ja. Weil ich finde, die Leute können nicht mehr von ihrem Job leben. Es gibt zu wenig Wohnungen, die Mietpreise sind Katastrophe. Auf der ganzen fucking Welt herrscht Krieg, die Armutsschere geht immer weiter. Ich kann stundenlang weitermachen. Ich finde natürlich, dass ich da was ändern muss. Aber wenn ich der einzelnen Person vorschreiben, dass sie sich politisch zu bilden hat und da auf die Straße zu gehen hat, nein, fuck it, Alter. Scheiß, was da Hund drauf. Mach du, was dich happy macht. Hundertprozentig. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Und was ich nur dazu sagen wollte ist, weil wir ja vorhin über Spaltung geredet haben, dass Politik aufgespaltet ist in rechts und links. Also ich gehe da ein bisschen tiefer rein und ich kann mir vorstellen, dass das eventuell auch gewollt ist. Weißt du, dass wir Menschen uns einer Seite zugehörig machen und dann mit den anderen streiten, ist auch wieder ein Tool. Ich meine, der Gedanke ist nicht abwegig. Bitte? Es ist nicht abwegig, dein Gedanke. Ja, weil ich habe mich früher sehr viel mit Politik auseinandergesetzt. Ich wollte früher sogar mal in die Politik. Ich war bei den Jusos und so ein Scheiß. Also ich habe mich früher da wirklich hardcore für interessiert und habe mir jede Politik-Talkshow reingezogen und habe mir gedacht, geil und dies, das, bla, bla, bla. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, mies zu recherchieren, wenn ich das so sagen darf. Und habe dann einfach für mich gemerkt, dass es Menschen gibt, die man nicht wählen kann, die den größten Einfluss darauf haben, in welche Richtung die Welt gerade geht. Einen größeren Einfluss darauf haben, als die Politiker, wo wir denken, wenn wir die wählen, können wir was verändern, als die Politiker haben. Kapitalismus. Das ist quasi die Konsequenzen. Dann habe ich mich gefragt, ist die Lösung wirklich in der Politik? Weißt du, wie ich meine? Dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe mich gefragt, ist die Lösung wirklich in der Politik, wenn die Leute, die in der Politik sind, die die Länder regieren angeblich, gar nicht wirklich die Entscheidungen treffen, in welche Richtung das Land geht oder nicht. Weißt du? Macht es dann Sinn, zu wählen? Macht es dann Sinn, mich damit auseinanderzusetzen? Und ich bin persönlich zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, für mich macht es keinen Sinn mehr, weil ich habe das Vertrauen in die Politik verloren. Ich habe das Gefühl, dass das, was wir vorher besprochen haben, dass wir anfangen, als Menschen wieder bewusster zu werden, anfangen, uns gegenseitig lieb zu haben und zusammenzurücken und eine Einheit zu werden, dass das viel wichtiger ist, als eine Stimme abzugeben auf einem Wahlzettel und dann in der Wahlurne sterben zu lassen. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft wirklich zusammenkommen würden und wirklich uns gut behandeln würden und miteinander sein würden, dann könnten wir wirklich was verändern. Und ich glaube, solange das nicht passiert, kannst du wählen, was du willst. Das ist sehr interessant. Zwei Sachen. Erstens, ganz kurz, das ist ja das, wovon wir linken dann als, wo wir da von internationaler Solidarität reden. Kann man auch gut mit einer Menschenfamilie zusammenbauen. Du kannst es noch weiterbauen mit No Border, No Nation, whatever. Aber es geht ja darum, dass wir, was du gesagt hast, wieder mehr zusammenfinden. Das ist das eine. Stimme ich dir vollkommen zu. Ist einer der absoluten fucking Höchstprioritäten aller Zeiten. Der menschlichen Geschichte. Und einzelne Personen mit sehr viel Macht und sehr viel Geld wollen das natürlich immer verhindern, weil wir haben das das Bauernbeispiel vorhin gemacht. Das sorgt nämlich dafür, dass am Ende das nicht funktioniert, was diese Einzelpersonen machen Jeder muss das tun, was er amazing findet. Jetzt kommt aber der Knackpunkt ein bisschen, weil du gemeint hast, ich habe keinen Bock mehr auf Politik. Was ist denn Politik? Politik ist vor allem, rein technisch soll die Politik das Volk ja regieren oder dem Volk quasi ein Instrument geben, damit das Volk darüber, zumindest im Fall der Demokratie, darüber bestimmen kann, was so die gemeinsamen Regeln sind. Ist das so? Das heißt, ja, nein, mittlerweile nicht mehr, weil die Leute keine Teilhabe mehr haben. Aber das müssen wir ändern. Das ist ja kein Zustand, den man irgendwie hinnehmen kann, rein technisch gesehen. Man kann auch eine ganze Sache wie Kiffen, Filme gucken, Arbeiten gehen, Bumsen, Familie gründen, whatever, kann es ja machen. Aber wenn du politisch irgendwie überlegst oder denkst, was wäre denn sinnvoll, abgesehen von der Solidarität, kämpfst du ja als Bevölkerung, als Masse, wir nennen das Arbeiterschicht oder Arbeiterklasse, kämpfst du ja gegen diese einzelnen Personen mit brutal viel Macht, weil die dürfen ja quasi nicht in der Öffentlichkeit so viel Macht ausüben, wie sie haben. Das dürfen nicht öffentlich, das müssen die indirekt machen über Politik und über Ränkespiele, über Medien, um da die Massen zu beeinflussen und so. Die müssen das indirekt machen. Und das können die nur über Politik und über Medien. Das heißt, wir kämpfen als Bevölkerung quasi darum, dass die Politik wieder uns gehört und nicht diesen einzelnen Leuten mit Kohle da. Das ist so, warum viele Leute von der Politik frustriert sind, weil sie das Gefühl haben, dass dieses Werkzeug, was eigentlich dafür da ist, damit die Menschen unter sich bestimmen, was ihre Regeln sind, was so ihre gemeinsamen Gesetze sind. Dieses Werkzeug wurde uns sehr entrissen. Verstehst du? Haben wir das mal wirklich in der Hand gehabt, ist die Frage. Weißt du? Gute Frage, da muss ich lange drüber nachdenken. Ja, weil das ist so, vielleicht wurde Politik auch nur etabliert, damit wir das Gefühl haben, dass wir was mitentscheiden können. Damit wir das Gefühl haben, wenn wir wählen gehen, dass wir dann eine Entscheidung haben, eine Stimme haben, wo wir dann wirklich was verändern können. Weil die gemerkt haben, damals gab es ja Könige etc. pp. Dann hat man gemerkt, dass der Pöbel sich zu krass auflehnt, wenn einer da sitzt, der reich ist, der irgendwie voll viel Geld hat und die Entscheidungen über ein Land trifft. Da haben die Leute sich ein bisschen krass drüber aufgeregt. Und dann wurden eventuell neue Tools eingeführt, die uns das Gefühl geben, als ob wir eine Wahl haben. Da gibt es verschiedene Parteien, da gibt es verschiedene Politiker. Wir haben so das Gefühl, da gibt es jemanden, der uns vertritt. Vertritt der uns wirklich? Das ist die Frage. Und hatten wir die Politik als Bevölkerung mal wirklich in der Hand oder wurde die Politik etabliert von den Mächten? Weißt du? Also ich glaube, wenn man zu den ... Aber da bin ich nicht gut genug im Thema. Ich auch nicht. Das ist nur eine Theorie auch. Wollte ich nur mal dazu sagen, dass es für mich jetzt ... Wir schwurbeln ja ein bisschen. Das Ding ist, mein Gedanke wäre dann nämlich folgender. Was waren denn so die Ursprünge der Politik? Und da denke ich halt an die Demokratie in Griechenland. Oder an den Senat in Rom. In Rom hatte man auch Kaiser, die das missbraucht haben. Und da hatte man aber trotzdem den Gedanken, quasi das, was der Grundgedanke der Politik ist, nämlich quasi ein Sprachrohr des Volkes und quasi Regelungen aus dem Volk, für das Volk zu machen. Und das Problem war, dass das dann ja vor allem in Rom dann halt von Machthabern instrumentalisiert wurde. Das heißt, rein technisch ist Politik schon eigentlich ein Instrument des Volkes. Aber der stetige Kampf dagegen, dass irgendein Bastard herkommt mit richtig fett Asche im Portemonnaie und sich den Karren nimmt und an sich reißt, das ist ja quasi der dauernde Struggle dagegen. Und ich denke mal, wenn man halt politisch was machen möchte, dann muss man halt immer sagen, ey, ihr Wichser hat auf uns, unser Werkzeug wegzunehmen. Und das ist dann der Kampf, den man führen möchte. Aber ich möchte es halt auch niemandem aufzwingen. Ja, und es ist halt, jeder muss ja da gucken, was er für sich dann quasi daraus für eine Schlussfolgerung zieht. Weil ich zum Beispiel habe mir nicht mehr zur Aufgabe gemacht, gegen die Politik zu sein, sondern ich bin einfach für den Menschen. Ich will, dass Menschen menschlicher werden, bewusster werden, dass Menschen sich wieder anfangen lieb zu haben, miteinander vernünftig diskutieren können. Ey, schöner Ansatz. Das ist so das, wo ich gemerkt habe, wenn ich mich darauf konzentriere, erst mal bei mir selber, dass ich selber erst mal die Version von mir werde, die ich sein kann. Und selber das vorlebe, was ich eigentlich mir in der Welt wünschen würde. Das ist so die größte Stellschraube, die ich habe als Person. Und darüber hinaus dann so Community gucken, Community aufbauen, meine Familie, Freunde, alles, was so in meinem Rahmen ist. Und ich glaube, wenn da so Domino-Effekt technisch, wenn das jeder machen würde, dann würden wir in eine Richtung gehen, wo die Menschen mal wieder bewusster werden. Und dann wäre es, glaube ich, nicht mehr so einfach, uns zu steuern. Und dann wäre es auch nicht mehr so einfach, mit uns so zu spielen, wie es heutzutage getan wird. Weil ich glaube halt wirklich, dass wir Menschen früher offensichtlicher versklavt wurden, beziehungsweise, dass uns jemand regiert hat, der nicht die beste Intention für uns hat. Und diese neuartige Versklavung ist halt so, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, dass wir versklavt sind. Weil wir denken, wir können alle vier Jahre wählen und wir haben einen Vertreter und so. Und sind dann freier und haben das Gefühl, dass wir wirklich was verändern. Und ich glaube, das soll uns einfach suggerieren, dass alles gut ist. Aber im Endeffekt ist nicht alles gut. Und ich glaube, dass wir uns Menschen selbst verändern müssen. So weißt du, und dass wir... Pass auf. Und das Ding ist, man lenkt uns ja auch erfolgreich davon ab, wir zwei sind gerade rein technisch Teil der Maschinerie, die ablenken sollen. Also die Menschen, die werden von der Realität gestellt. Ja. Abgesehen von der Spaltung hast du immer höhere Lebenshaltungskosten, die ihn betreffen. Du hast immer höhere Mieten, die die Leute betreffen. Leute können sich kein Eigenheim kaufen. Es wird immer mehr verhindert, dass Leute autark leben können und so weiter. Die Leute leben von Gehalt zu Gehalt. Die sind quasi nur am Wohnen, am Essen. Und am Konsumieren. Am Arbeiten und am Konsumieren. Social Media, die ganzen Sachen. Das heißt, es sind alles fucking Maßnahmen, die uns genau davon abhalten sollen. Ja, sehe ich genauso. Und im Endeffekt sind wir auch Teil davon. Muss man natürlich so sagen, wie es ist. Aber ich rede mir das dann selber in dem Sinne schön, dass ich dann sage, wir führen solche Gespräche jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass das dafür sorgt, dass Menschen vielleicht bewusster werden könnten. Also ich will dann wenigstens, wenn ich schon Teil dieser Matrix bin, in Anführungszeichen, dann das so nutzen, dass ich eventuell einen positiven Impact auf Menschen haben kann. In die richtige Richtung, sage ich mal so. Weißt du? Das ist dann so der Anspruch, den ich für mich persönlich habe. Hey, superschön. Da gibt es auch so diesen Ansatz, dass man zum Beispiel Leuten sagt, zum Beispiel jetzt linken, sage ich mal, Aktivisten auf Twitch oder auf Twitter sagt man, hey, du nutzt doch hier großkapitalistische Systeme, du nutzt doch diese Plattformen, du trägst irgendwie, keine Ahnung, Klamotten aus China oder whatever. Das ist zwar richtig, aber der Ansatz muss trotzdem sein, dass man, man hat ja keine Alternative. Man kann ja nicht nackt raus, wie Prolimer schon gesagt hat, man kann ja nicht nackt raus in den Wald gehen mit Eichhörnchen reden. Kann man schon, aber nicht, wenn man was bewegen möchte oder was ändern möchte. Das heißt, du musst rein technisch die Plattformen nutzen, die quasi im System vorhanden sind. Du stellst dich im alten, keine Ahnung, in Jerusalem früher, denk an Life of Brian. Denk an Leben des Brian, kennst du bestimmt. Da gibt es diese eine Szene, da läuft er durch eine Straße in Jerusalem und da stehen vier Propheten auf ihren Kisten und jeder schreit eine eigene Menge an. Das ist quasi die Plattform damals gewesen. Auch wenn sie es da wahrscheinlich gehasst haben oder so, aber das war für die die beste Möglichkeit, irgendwie Leute zu erreichen. Und deswegen, auch wenn man Teil dieses Apparates ist, die Frage ist, wie du das benutzt, dann sollte man vielleicht das gut nutzen. Genau, das ist das Ding. Man kann diese ganze technische Entwicklung auch, man kann halt alles, was sich entwickelt und alles, was vorhanden ist, immer auf mehrere Arten und Weisen benutzen, glaube ich so. Weil ich habe zum Beispiel Social Media damals auch nur zur Unterhaltung gemacht, nur zum Entertainment und nur, um Leute zu bespaßen. Und da hat mir aber auch was gefehlt, um ehrlich zu sein. Ich habe immer gemerkt, so ey, eigentlich, du hast Verantwortung hier gerade, du hast Leute, die dir zuhören, du hast junge Leute, die dir zuhören, du musst denen was mitgeben, du musst irgendwie was, du musst das nutzen, weißt du. Und so kannst du es halt dann auch in eine positive Richtung dann auch benutzen und dann wirklich Leute wirklich positiv beeinflussen. Das machen leider nicht viele, gerade heutzutage nutzen, glaube ich, die meisten das einfach nur als Tool, um Geld zu verdienen. Das ist so heute, glaube ich, heutzutage so das Hauptanliegen, warum Leute überhaupt Social Media machen oder Musik oder was auch immer so. Aber es gibt immer noch vereinzelt Leute, die sich sagen, ey, ich habe jetzt hier eine riesen Reichweite oder ich habe hier Leute, die mir zuhören. Ich will das auch benutzen, um wirklich was Gutes zu schaffen in der Welt, so weißt du. Und solange es gibt es auch. Je nachdem, wie man halt ein Werkzeug nutzt. So. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich bin immer so ein Glas halb vollmäßig unterwegs, weißt du. Ich sage, solange es noch Menschen gibt, die wirklich das als Intention haben und mit einem reinen Herzen versuchen, anderen zu helfen und so, sind wir nicht verloren. Ich weiß, glaubst du an Gott? Ich glaube, dass wir Menschen zu dumm sind. Intellektuell, um das zu verstehen. Nee, ich nicht verstehen. Glaubst du an Gott? Nein, nein, pass auf. Ich glaube, ich bin Agnostiker. Aber ich möchte es so ausdrücken. Dieses ganze Ding mit Existenz, was Bewusstsein ist, was wie groß und wie unfassbar heftig das Universum ist, das Konzept von Zeit, der Urknall per se, Schöpfung, das sind alles Dinge, die so unfassbar komplex sind, dass ich mir als Ameise von Mensch oder von Wesen nicht erlaube, darüber eine für mich gefestigte Position zu beziehen. Ich erlaube mir zu fantasieren. Ich erlaube mir vorzustellen, was sein könnte. Aber überleg doch mal, die Menschheit gibt es jetzt ein paar hunderttausend Jahre und das ist nur ein Bruchteil, das, wie auch immer, auf jeden Fall, die gibt es auf jeden Fall noch nicht lang. Im Vergleich, wie lange es die Erde anscheinend schon gibt. Korrekt, korrekt. Und jetzt überleg mal, unsere Geschichte, die wir als unsere Geschichte begreifen, unsere Zeitzählung fängt vor 2000 Jahren an und in den letzten 100 Jahren, wie viel fucking Shit haben wir dort entdeckt? Und dann haben wir Röntgenstrahlung, Elektrizität, auf einmal fliegen da irgendwelche Sachen über den Himmel drüber, dann haben wir irgendwas im Weltraum, dann habe ich auf jeden Fall hier so eine fucking VR-Brille liegen, weißt du? Und das alles war in so einem Abschnitt. In so einem Abschnitt. Noch weniger. Ich presse meine Finger zusammen und es wird der Zeit nicht gerecht, in der wir das geschafft haben. Die Entwicklung extrem, ja. Anscheinend. Ich schließe nicht aus, dass es früher schon Zivilisationen gab, die eventuell Sachen gemacht haben, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Da gibt es ganz viele Theorien. Alles, was so Menschheitsgeschichte angeht, Der Punkt, den ich machen möchte, der Punkt, den ich machen möchte, ist, wir haben jetzt eine exponentielle Beschleunigung des technischen Fortschritts durch KI, durch Computer und so weiter. Das heißt, in einem nicht vorhandenen Zeitraum haben wir unsere technologischen Kapazitäten vertausendfacht, verzehntausendfacht. Okay? Das heißt, der Maßstab nach oben wird auf einmal so unfassbar hoch, dass es ungefähr so krass wäre, da irgendwelche Schlüsse drüber zu ziehen, was möglich ist, wie wenn du versuchst, einem Fisch ein Smartphone zu erklären. Verstehst du, was ich meine? Ja, deswegen heißt es ja Glauben im Endeffekt. Weil ich glaube nämlich, dass wir als Menschen mit unserem begrenzten Verstand, so wie du das auch eigentlich angerissen hast, das nicht verstehen können. Es übersteigt unseren Intellekt. Es ist einfach zu hoch. Und es haben auch die heftigsten Wissenschaftler, die wir jemals auf der Erde hatten, sind zu dem Schluss gekommen, so wie ein Einstein zum Beispiel. Da gibt es auch Zitate, wo er sagt, da manifestiert sich ein Geist, vor dem man demütig sein muss, den man einfach nicht verstehen und erklären kann. Ich habe mein ganzes Leben dafür gewidmet und habe versucht zu verstehen, wie die Welt funktioniert und was der Ursprung der Erde ist quasi oder der Welt ist. Und ich habe gemerkt, dass das einfach viel zu groß ist, dass ich das als einzelner Mensch irgendwie greifen kann. So weißt du? Und das ist so mein Glaube. Also ich glaube wirklich, dass Gott oder Menschen haben auch eine andere Wörter dafür oder bezeichnen das anders. Manche sagen Universum, manche sagen eine höhere Kraft, eine höhere Energie oder was. Aber ich glaube, dieses, das wird immer so sein, dass wir Menschen da... Oder der Alien, der auf den Knopf gedrückt hat, Simulation starten. Ich glaube, es wird immer so bleiben, egal wie viel du recherchierst, egal wie viel du studierst, dass du nicht 100% das belegen kannst, wissenschaftlich und verstehen kannst mit deinem menschlichen Intellekt. Es übersteigt einfach. Aber was ich glaube ist, dass wir alle irgendwo auch eine Connection haben mit dem Höheren, mit Gott. Das ist aber außerhalb von unserem Verstand. Ich glaube, dass wir Menschen mehr sind als unser Intellekt im Kopf. Weißt du? Ich glaube, dass wir sowas wie eine Seele haben, dass wir so ein höheres Selbst haben, mit dem wir uns auch verbinden können. Da geht es dann aber nicht mehr um intellektuell zu sein, da geht es dann darum zu fühlen. Weißt du? Ich glaube, wir sind energetische Wesen, die eine Connection haben mit etwas Höherem und wenn wir unseren Verstand vielleicht mal rausnehmen würden und wieder anfangen würden, mehr zu fühlen, könnten wir da eventuell so einen Geschmack für bekommen oder merken, oh shit, da ist irgendwas. Und das war meine Erfahrung. Und deswegen glaube ich definitiv an etwas Höheres, an Spiritualität, an etwas, was höher ist als unser Verstand, als unser Menschsein, als Materie, sage ich mal, weißt du? So ein schöner Gedanke. Ich musste gerade so ein bisschen innehalten, aber das wäre jetzt zu privat. Ich hatte da auch immer so ein Erlebnis, wo ich glaube nicht unbedingt an übernatürliche Dinge beziehungsweise anders. Diese Erzählung von Seele und von Dingen habe ich ganz lange irgendwie. Mittlerweile sage ich einfach, ich weiß nicht mehr. Ich hatte ein Erlebnis, wo ich aus dem Nichts aus dem Nichts wirklich das Gefühl hatte, von einer anderen Seele berührt zu sein. Das ist eine sehr, sehr, sehr private Geschichte. Hat mit meinem Vater zu tun. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, hey, warte mal, das habe ich jetzt mit zwischendurch nicht herprovoziert oder irgendwas. Das kam gerade spontan. Hi, was geht denn hier ab? Ne? Das ist doch was Schönes. Das ist ja schön. Ja. Ja, weil er nimmt der Endlichkeit und der unendlichen Schwärze der Nicht-Existenz nach dem Tod, die man als nichtgläubiger Mensch quasi die einen erwartet oder die man quasi als sein endgültiges Schicksal irgendwie nach dieser fleischlichen Hülle irgendwie vor Augen führen muss. Es gibt dem Ganzen vielleicht ein bisschen Hoffnung. Ja. Verstehst du? Ja. Weil ansonsten, was wäre es dann? Was wäre denn Leben außer einen Augenzwinkern? Einen Lottogewinn, der deinen Augenzwinkern geht. Ja. Verstehst du? Und das ist halt, wir Menschen leben extrem in Ängsten so, weißt du? Und lassen uns damit auch kontrollieren und steuern, weil wir Angst haben, irgendwas nicht zu haben, irgendwas in diesem Leben nicht zu erreichen, den Materialismus nicht anzuhäufen. Wir sind die ganze Zeit unter Druck und haben Angst davor, irgendwas nicht zu schaffen. Also wie viele Kinder wurden von ihren Eltern traumatisiert, indem sie ihnen gesagt haben, schau zu bloß, schau bloß zu, dass du irgendwas gescheit lernst. Schau zu, dass du Kohle mit heimbringst. Was ich eigentlich sagen wollte, der Grund dafür ist eigentlich die größte aller Ängste und zwar die Angst vorm Sterben. Das ist die Ursprungsangst von allen anderen Ängsten, die du als Mensch hast eigentlich. Und wenn das nicht da wäre und die Menschen früher haben das nicht gehabt, wir haben das extrem in der heutigen Welt nach dieser Entwicklung. Würde ich widersprechen, die Entwicklung von, oder das Aufkommen von Religion war aus zwei Gründen. Aber warte, lass mich den Punkt noch zu Ende bringen. Ich wollte nur sagen, diese Angst vorm Sterben ist die Ursprungsangst für alle Ängste. Und ich glaube, mit dieser Angst werden wir auch extrem kontrolliert, weil wir das Gefühl haben, wir müssen in diesem Leben das und das und das und das erreichen. Und wenn wir das nicht erreichen, dann sterben wir irgendwann und haben nichts und sind schlechte Menschen. Und so wie du es eben beschrieben hast. Und ich glaube, dieser Glaube daran gibt uns einen extremen Druck. Als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und für mich ist der Tod nicht der Tod, den die meisten Leute, die nicht an Gott glauben oder an was Höheres glauben, was das für die ist. Für mich ist es nach dem Tod nicht vorbei. Ich glaube daran, dass wir eine Seele haben. Ich glaube daran, dass es eine Erfahrung ist, die wir hier gerade machen in dieser Hülle als Mensch. Aber da ist etwas Höheres noch drin. Weißt du? Und wenn du diese Angst verlierst, kannst du dein ganzes Leben auf eine ganz andere Art und Weise leben. Du hast diesen Druck nicht mehr. Du hast nicht mehr diesen Rucksack auf der Schulter, wo du sagst, ich muss das, ich muss so, ich muss dies, ich muss so. Wenn ich das in diesem Leben nicht erreiche, dann bin ich ein paar Sager. Das macht dich fertig als Mensch. Weißt du? Und diesen Druck loszulassen, ist einfach so schön und du kannst so leichtfüßiger leben und du hast dadurch nichts verloren. Sagen wir mal, am Ende stirbst du und es ist trotzdem nur schwarz. Du hast aber dein Leben besser gelebt. Einfacher gelebt. Mit weniger Druck gelebt. Ich denke mal, das, was du gerade gesagt hast, ist was sehr, sehr Starkes. Ich habe drüber nachgedacht und das auch auf mein Leben so ein bisschen bezogen. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ich habe eine sehr, sehr seltene Hautkrankheit, die sich sehr, sehr übel äußert und habe die momentan mittlerweile einigermaßen im Griff. Aber die ist so übel, dass ich in Unmacht gefallen bin, mich schon übel oft vor Schmerzen heiser geschrien habe, bis ich keine Stimme mehr hatte. Nicht mehr laufen konnte, gar nicht. Ey, wirklich ekelhafter Scheiß. Auf jeden Fall war es super schwer für mich zu rechtfertigen, dass ich krankgeschrieben bin und heftige Medizin brauche und so. Weil meine Mutter, wie immer, eingeredet hat, du musst arbeiten, du bist nur so viel wert, wie du am Ende vom Monat aufs Konto bekommst und so. Und dieser Moment, als ich dann wirklich im Bett lag und mich gekrümmt habe und vor Schmerzen geschrien habe, ich habe irgendwann einfach realisiert, weißt du was? Scheiß, was ist der Hund drauf, auf was irgendeiner von mir erwartet? Scheiß, was der Hund drauf, was die Gesellschaft irgendwie von mir denkt. Dieses Leiden ist real. Wer ist denn überhaupt in der Lage dazu, mir vorschreiben zu können, was ich mit dieser Zeit, die ich hier habe, zu tun oder zu lassen habe? Natürlich gehe ich auch wieder arbeiten, wenn ich operiert bin. muss ziemlich viel, wie auch immer. Auf jeden Fall kommt auch wieder der Punkt, in ein paar Monaten, wo ich wieder arbeiten gehe. Aber das mache ich dann, weil ich das möchte. Und nicht, weil irgendjemand das von mir erwartet. Verstehst du? Und weil du es kannst. Und dieses Konstrukt, dass man von den Leuten erwartet, dass sie ihr ganzes Leben lang irgendwie der Profitmaximierung von irgendwelchen Einzelpersonen, wird mir das natürlich ein systemisches Problem. Das wird den Leuten über Jahre und über Generationen eingetrichtert, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Heutzutage aufgrund der technologischen Umstände müssten wir gar nicht mehr. Nicht mehr so viel. Nee, wir hatten ja auch früher, früher haben wir auch viel mehr Tage in der Woche gearbeitet zum Beispiel. Und uns wurde mal früher versprochen, dass die Tage dann weniger werden, wenn die Entwicklung mehr wird. Das heißt, wir haben jetzt Maschinen. Das heißt, eigentlich müssten wir ja weniger arbeiten, aber wir haben immer mehr. Wir haben immer mehr gearbeitet. Weißt du, was ist denn, löst sich das wieder auf jetzt mit deiner Krankheit oder was? Langsam ist. Ich musste da sehr viel Arbeit reinstecken. Ich habe vor über einem Jahr habe ich 145 Kilo gewogen. Ich wiege 116 aktuell. Ich war bei meinem Hausarzt und er hat mir gesagt, also Kollege, wenn du Pech hast, bist du komplett arbeitsunfähig. Weil ich hatte halt einen schweren Fall davon, aber du hast halt die Option, du kannst Gewicht reduzieren, kannst mit dem Rauchen aufhören, was ich gemacht habe. Du kannst aufhören, Alkohol zu trinken, was ich gemacht habe. Du kannst aufhören, Zucker zu fressen, was ich gemacht habe. Du kannst anfangen, Sport zu machen, was ich gemacht habe. Stark, respekt. Ich habe dann innerhalb von dem Jahr irgendwie 40 Kilo Fett verloren. Stark. Ja, und das hat quasi dazu geführt, dass meine Entzündungswerte so runtergegangen sind, dass ich jetzt dafür bereit bin, operiert zu werden, weil das Problem ist, wenn deine Entzündungswerte nicht unten sind, bringt es nichts zu operieren, weil quasi immer neue Problemzonen entstehen. Und wenn die Entzündungswerte unten sind, kann man anfangen zu operieren. Dann kann man die Scheiße raus, dann kann man auf ein anderes Medikament umsteigen. Und dann sollte erstmal nichts mehr passieren. Geil. Toi, toi, toi. Beide Daumen gedrückt. Auf jeden Fall, hey, gute Besserung. Bro, gute Besserung. Und ich hoffe, dass das am Ende des Tages wird so. Das hat mich auch berührt, gerade die Geschichte, wo du dann mit Schmerzen quasi dann das Gefühl hattest, dass du jetzt weniger wert bist, weil du nicht mehr arbeiten kannst. Das ist halt in uns drin. Ich kenne das selber. Und man muss sich da wirklich versuchen, so oft wie möglich von zu trennen, weil du bist halt was wert, egal was du machst im Endeffekt. Ich habe für mich gemerkt, dass ich gerne was mache, weißt du? Und dass ich das auch fühle, so irgendwie was beizutragen, sag ich mal, weißt du? Irgendwas zu machen, wo ich das Gefühl habe, das ist meine Bestimmung, das ist meine Berufung und ich trage was zur Gesellschaft bei. Ich mache irgendwas Gutes, weißt du? Das Gefühl, das erfüllt uns auch, glaube ich. Aber das ist dann auch nicht mit Druck, das ist dann aus der Liebe heraus. Das wird ausgenutzt. Genau, du willst aus Liebe heraus für deine Gesellschaft was zu machen, für deine Gemeinschaft was zu machen, für deine Mitmenschen was zu machen, für die Menschen, die dir am Herzen liegen und vielleicht für Leute, die du gar nicht kennst, aber weil du es einfach aus purer Menschenliebe tust. Und dieses Gefühl, weil wir Menschen soziale Viecher sind, das wird ausgenutzt. Du musst was zur Gesellschaft beitragen. Was aber nicht gesagt wird, ist, dass du nicht zur Gesellschaft unbedingt was beiträgst, sondern ein großer Anteil davon einfach die Taschen von Einzelnen. Und hundertprozentig, hundertprozentig. Und ich glaube halt wirklich, wenn wir alle oder wenn Menschen wieder dahin tendieren würden, zu versuchen, ihre Berufung zu finden, da kommt das Wort Beruf übrigens her, deine Berufung zu finden, deine Lebensaufgabe, weil ich glaube wirklich daran, dass wir alle gesegnet sind und dass wir alle speziell sind und dass jeder so was von Gott geschenkt bekommen hat, was irgendwie was Besonderes ist, was Wertvolles so. Und ich glaube, wenn jeder das nehmen würde und jeder das nach außen leben würde, dann würde, dann könnten wir noch produktiver, sein im Endeffekt, weil wir das dann alle nur aus Liebe heraus machen für die Gesellschaft und weil es unsere Bestimmung ist. Den Typen wie ich jetzt zum Beispiel. Jeder wäre ein Spezialist. Ist so. Jeder wäre ein Spezialist und würde das, was er tut, von Herzen tun. Was gäbe es für einen besseren Zustand? Hundertprozentig. Und ich weiß ja selbst, wie es auch ist, wenn du was aus dem Herzen tust und wenn du denkst und fühlst, dass es deine Berufung ist, dann bist du wie besessen. Dann hörst du auch nicht damit auf. Auch nicht, wenn Rente ist oder so. Du machst dann einfach weiter, Digga. Du ziehst dann einfach durch, weil es dein Ding ist. Du hast gefunden, was dein Ding ist. Und das würde ich mir wünschen von mehr Leuten wieder auf der Erde. Aber du hast recht. Wir kriegen das so eingetrichtert. Die nutzen das aus. Dieses, dass wir das Gefühl haben, dass wir was machen müssen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen was zur Gesellschaft beitragen, wird ausgenutzt für irgendwelche Leute, die sich das dann in die Tasche reinstecken. Deswegen habe ich zum Beispiel für mich irgendwann gesagt, fuck you. Ich riskiere jetzt alles. Ich lege alles auf eine Karte. Ich breche alles ab, was ich bis hierhin gemacht habe und versuche, irgendwas Eigenes aufzubauen. Weißt du? Ja, Mann. Ich meine, das ist ja für mich natürlich auch die Option hier Streaming. Ich wollte gerade sagen, Digga, das ist genau das, was ich machen möchte. Das ist meine Berufung. Mich hinsetzen und mit Leuten reden und für Leute vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam sein oder so, weil das ist meins. Mich für was einsetzen, was für mir das fucking Herz blutet. Und hier entertainen und so weiter. Digga, ich bin übelst, wie lange, wir sind wahrscheinlich auch schon mal eine Stunde unterwegs oder so. Ich bin übel am fucking verhungern. Ich bin eigentlich vollkommen matchisch im Schädel, aber trotzdem genieße ich jede fucking Sekunde dieser Scheiße. Geht mir genauso. Ich schwäß dich. Das ist es. Das ist es. Ja, 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 das ist es. Das ist es. Das ist es. Und das hat jeder von uns in sich, Digga. Weißt du, ich will, dass die Leute das glauben, Alter. Weil es gibt manche Leute, Digga, ich habe keine Berufung. Ich muss einfach nur für Miete und für Essen auf dem Tisch und so. Und wenn ich dann in Rente gehe, dann lebe ich meinen Traum und dies, das, blablabla. Das ist halt nicht das meiste. Da hat man die Angst eingeredet. Die Angst davor, es zu versuchen. Die Angst irgendwie gegen das System und gegen die Paychecks und den ganzen Scheiß zu arbeiten. Weil das ist ja immer so das Ding, dass man die soziale Ausgrenzung erfährt oder Angst vor sozialer Ausgrenzung hat, wenn man nicht im System arbeitet. Oder die Angst vor der Straße, weil einem die ganze Angst vor der Straße gemacht wird. Weil man immer die Obdachlosen quasi in die Kamera hält, aber sich nicht um die Obdachlosen kümmert. Man hat die quasi nur, um zu zeigen, hey, guck mal, wenn du nicht mitschwimmst, wenn du nicht mit der Masse mitmachst, mit dem System mitmachst, dann endest du irgendwann so. So guckst du dir an, da unten. Hab kein Mitleid mit dem, hab Angst. Hab Angst, dass du irgendwann so enden wirst. Ja, ja, Dicker. Da sind wir wieder bei Angst. Ich glaube, Angst ist eine der schlimmsten Sachen für Menschen. Ich schwör's dir, weil unter Angst, das ist ja auch gemerkt in der Corona-Zeit und so, unter Angst kannst du auch nicht mehr richtig klar denken, weißt du. Unter Angst kannst du keine vernünftigen Entscheidungen treffen, unter Angst kannst du nicht mehr richtig fühlen und so. Das ist halt, Angst ist eine der größten Viren eigentlich auf der Erde, weißt du. Wir müssten eigentlich gar keine Angst haben. Müssten wir eigentlich gar nicht. Weil Angst ja auch was ist, vor allem, die schleicht sich ja in dein Bewusstsein an vorderste Stelle. Ja, voll. Die hindert dich vollkommen am Leben. Ja, ja, voll. Es lähmt dich. Es kann dich lähmen. Alles, was du tust. Ja. Ich meine, es kann dich lähmen, es kann dich davon abhalten, die Dinge zu tun, die du machen möchtest. Es kann dich halt auch wirklich krank machen. Angst, es wurde bewiesen, dass wenn du in Angst lebst, dass du auch Krankheiten davon bekommst. Haarausfall. Was auch immer, was du alles bekommen kannst von Angst. Weißt du? Don't be scared, Freunde. Alter Schwede. Frag mal Prole, Alter. Proletopia hat fucking Herzattacken bekommen. Ey, Digga. Weil er sich, weil er sich, er hat sich depressiv gebildet. Bro, das tut mir auch ein bisschen leid. Der hat so ein Herz, der hat so ein Ding, der hat so ein Gerechtigkeit. Der ist ein geiler Typ, Bruder. Ich hab das gefühlt bei unserem ersten Talk, ich hab richtig gemerkt, so seine Seele, also seine Menschlichkeit ist extrem, Bro, weißt du? Der Mann leuchtet aus innen. Aber diese Menschen, wir sind extrem empfindlich, weißt du? Gerade wenn du Empathie hast und dies, das, bla, und wenn du dann, wenn du dann nicht das richtige Mindset, und deswegen hab ich ihn ja auch versucht, weil bei mir zum Beispiel, ich war auch früher so, das hat mich, die Welt hat mich fertig gemacht, weil ich so empathisch bin, weil ich so viel fühle, weil ich so einfach menschlich bin, sag ich mal, weißt du? Die Welt macht dich dann fertig, wenn du nicht einen Umgang damit findest. Und für mich, der Umgang, den ich gefunden hab, ist halt Spiritualität gewesen, weißt du? Beten, meditieren, Bäume umarmen, der hört sich dumm an, aber ist so. Mit der Natur connecten, weißt du? Am Meer sein, am Wasser sein. Das ist so ein smarter Gedanke. Das Ding ist ja, weil das distanziert dich ja von deiner Angst. Wieso? Bei mir zum Beispiel, ich zock ultra gerne Games, ich zock ultra gerne Videospiele, bin ich mein Leben lang schon, Alter, ich bin fucking Kacknerd, das ist der Verdammung. Hier oben hängt ein Bild von Berserk, in der ganzen Bude hängt Zeug von Berserk, da hängt ein riesen Elden Ring Poster. Das ist das, wo ich mich hinflüchte, wenn ich mich, wenn ich zu viel lese, wenn ich mich zu viel mit Politik beschäftige und mich zu traurig werde und zu akku werde, weil ich mal ein bisschen eine Auszeit brauche. Da flüchte ich mich hin, um meiner Angst quasi zu entkommen. Du hast gesagt, deine Bildung mit Politik, deine politische Bildung hat dich ängstlich gemacht und du hast dich in Spiritualität geflüchtet. Und was ist es? Man macht sich über spirituelle Menschen lustig, man macht sich über Leute, die Games zocken lustig, man macht sich über alles lustig, was irgendwie nicht ins System reingreift, was irgendwie nicht im System irgendwie was bringt. Warum? Obwohl ich da ein bisschen intervenieren muss, weil ich glaube zum Beispiel, dass du dich in deine Games reinflüchtest, ist schon, das möchte das System so. Weißt du? Dass du in eine Fake-Realität reingehst und dann da abschaltest und dich von da aber auch wieder auf eine gewisse Art und Weise programmieren lässt. Aber was der Riesenunterschied ist zum Beispiel zur Natur, wenn du jetzt anstatt ein Game zu spielen spazieren gehst im Wald und tief durchatmest und Vögel zwitschern hörst und einen Baum anfasst und so, ist, dass wir von da kommen. Das ist unser Ursprung. Wir waren früher 80% der Zeit in der Natur und nicht zu Hause. Heutzutage sind wir 80% der Zeit zu Hause und 20% mal draußen am Spazieren oder so. Wenn es hochkommt. Wenn es hochkommt. Aber die Natur ist das, was dich erdet. Weißt du? Es holt dich zurück. Und das ist für mich auch was Göttliches. In der Natur spüre ich Gott. Weißt du? Weil das ist nicht Fake. Das ist kein Fernsehen. Das ist kein Handy. Das ist kein Videospiel. Das ist echt. Weißt du? Das ist gewachsen. Da steckt Leben drin. Beziehungsweise anders. Es greift uns jahrtausendelang immer weitergegebenen Gene mit rein. Also in was wir als unser natürliches Umfeld sehen. Wenn wir im Wald sind oder so, da funktioniert einfach alles im Kopf. Ja? Wir sind frei. Das macht uns frei. Ja. Ja, ja, ja. Ja, weil wir sind es eigentlich. Würde ich auf jeden Fall so geben. Wir haben uns ja erst mit den Jahren dahin entwickelt, dass wir jetzt so Menschen sind, die immer Schuhe anhaben, nie mit der Erde connecten, die nicht wirklich viel draußen sind, dass wir in so Häusern leben, die überhaupt nicht natürlich sind, so viereckig mit Dach oben drauf und so. Das ist ja gar nicht unser Naturell eigentlich, weißt du? Und deswegen ist es halt, habe ich auch zu Polytopia gesagt, und es tut mir auch leid, dass es ihm jetzt so geht, wie es ihm geht. Ich habe die ganze Zeit immer mal wieder an ihn gedacht und dachte mir so, hat er sich das zu Herzen genommen, was ich ihm gesagt habe und hat es ihm eventuell geholfen, so, weißt du? Und das ist halt ... Wirklich, ich könnte heulen, wenn ich daran denke, weil es ist einer der Menschen auf der Welt, die mir so viel gegeben haben und wo ich mir wirklich von fucking vollem Herzen wirklich fucking wünsche, dass es ihm gut geht. Ja, ja, ja. Ich kann dir nicht beschreiben, wie sehr ich möchte, dass es dem Bastard gut geht. Wirklich. Der macht gar nichts mehr, oder was jetzt? Nee, der hat gesagt, ihm geht's besser, aber ihm geht's besser, weil er nichts mehr macht. Das kann ich auch verstehen. Also, ich kann das ... Der Mann, der muss wirklich, der muss an sich denken und an seine Gesundheit. Ganz kurz ein Einwurf. Du wirst lachen, aber nach dem Gespräch von Prodo und dir bin ich sehr, sehr lange Zeit, sehr, sehr oft wieder nach draußen gegangen. Echt? Geil. Das ist geil. Ich fand diesen Gedanken so geil. Ich war live dabei im Gespräch. Ich hab das live gesehen damals, nicht irgendwie aufgezeichnet oder so. Und ich fand das Gespräch so geil, ich hab's mir noch mal angeschaut danach. Geil. Also noch mal separat. Und es hat mir so viel Kraft auch gegeben, genau bei dieser Abnehm-Geschichte auch. Weil ich hab das einfach als Ansporn genommen, mich zu bewegen. Ja, Mann. Und du hast ja gesehen, es hilft ja, weißt du, oder? Es hat dir ja geholfen mit deiner Gesundheit, mit der Bewegung und so. Das ist halt alles geil, Bro. Und ich wünschte mir, dass ich halt ... Ja, dass ich das so ... Ja, keine Ahnung. Es erwärmt mein Herz auf jeden Fall zu hören, dass du das da irgendwie aufgeschnappt hast und dann selber rausgegangen bist in die Natur und so. Also das ist so ein für mich ein Grund, warum ich das mache, was ich hier mache. Wenn ich sowas höre, dann weiß ich, ey, dein Leben hat Sinn. Weißt du, was ich meine? Das, was du tust, hat Sinn irgendwie, weil das irgendwie Menschen irgendwo inspiriert, auch um Ecken herum. Weißt du, wir kennen uns nicht. Und du hast dir das dann da zu Herzen genommen und bist dann rausgegangen. Das ist einfach schön, Bro. Und ... Digga, ich sag dir auch ehrlich, ich bin auch ... Ich hab halt 14 Jahre auch Fitnesserfahrung hinter mir, ne? Und hab auch Coachings gehabt und früher Fitness-Youtuber gewesen und so. Wenn du noch irgendwas brauchst in die Richtung, sag mir auf jeden Fall Bescheid, Bro. Ich brauch einen Körper, der mich nicht mit Schmerzen quält. Ja, ich weiß nicht, Sporttrips, Tipps, Trainingsplan irgendwie, keine Ahnung. Da kannst du dich gerne anhauen, ja. Da kannst du dich gerne anhauen. Mach, mach. Fun fact, meinen ersten Trainingsplan hab ich mir von JetGPT zusammenstellen lassen und der hat bombig funktioniert. Echt, ja? Der war sehr, sehr gut. Ja, schick mal rüber, ich guck da mal drüber. Auf jeden Fall. Ich hab den nicht mehr. Also was ich jetzt an Sport noch mache, ist ... Normalerweise hab ich alle drei Tage trainiert, aber momentan geht nicht, Digga. Ich hab momentan Schmerzen. Ich hab die letzten paar Wochen, musste ich so viele Streams ausfallen lassen, weil ich einfach legit nicht sitzen konnte. Wie gesagt, du siehst mich sitzen, ich kann wieder sitzen, das geht momentan wieder. Ja. Aber ich hab halt, keine Ahnung, Liegestützen gemacht, Sit-Ups gemacht. Ich hab verschiedenste Handelübungen gemacht und versucht irgendwie noch in meine Ernährung Proteine reinzuballern, Carbs zu cutten. Vegan. Ey, es hat funktioniert. Vegan. Weißt du? Sag ich dir. Mach vegan, Bro. Glaub mir, dann wirst du richtig ... Dann musst du dich vielleicht nicht mal operieren lassen. Sag ich dir so, wie es ist. Na, 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 Digga. Lehn dich nicht so weit aus dem Fenster. Nee, nee, aber ... Das ist Narbengewebe. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Okay. Aber ich glaub, über Ernährung kannst du halt echt extrem viel machen. Weißt du? Ja. Ja, kann man. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht alles ... Ich frage, ich freiß mein Leber-Case. Ja, 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 ja. Aber mal ein bisschen ... Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, so ein bisschen tierische Produkte vielleicht ein bisschen rauszukutten. Nicht zu übertreiben damit und vielleicht mal ein bisschen weniger zu machen und gucken, ob es einen positiven Effekt hat. Weißt du? Ey, ausprobieren. Safe. Ja. Ja. Ausprobieren, safe. Wenn es funktioniert, dann werde ich nichts tun und sagen, ah, vegan, nö, machen wir gar nicht. Wenn es funktioniert, dann ... Ey, man muss ja auch nicht komplett vegan sein. Ich bin so einer, der sagt, solange du ein bisschen bewusster bist einfach, weißt du, und nicht jeden Tag ein Kilo Fleisch isst und versuchst, da ein bisschen mehr Bewusstsein zu bekommen und das ein bisschen runterzuschrauben, dann bin ich schon happy. Ich bin nicht so wie die militante Veganerin, dass ich jetzt jeden konvertieren muss und jeder, der nur, weiß ich nicht, einmal die Woche Milch trinkt, ist ein schlechter Mensch und so. Das ist gar nicht mein Style, so, weißt du? Ich find's geil, wenn Leute anfangen ... Allgemein Leute zu zwingen. Wer will bitte von irgendwas gezwungen werden? I don't know, Bro. Aber anscheinend hat sie damit auch Erfolg und deswegen cool. Weißt du, was ich meine? Was soll ich dir sagen? Ich glaub, die hat nur Erfolg, weil sie polarisiert wie Fick. Naja. Glaub ich. Das ist das Ding, weil ihr das hier durch ... Und weil sie halt als Unique-Selling-Pod hat, dass er halt eine Schrei-Alte ist. Ja, so. Guck mal, ich hab mit ihr einen Talk gemacht, ne? Und ich bin vegan. Hab mit ihr einen Talk gemacht und die hat mich angeschrien am Ende und beleidigt. Warum? Weil ich gesagt hab ... Vielleicht, weil du nicht so autoritär bist. Nee, weil ich gesagt hab, ich toleriere Menschen, die das vielleicht noch nicht so machen wie ich. Genau das war ich ja, weil du nicht so autoritär bist. Ich glaub, ihr Hauptproblem ist, dass es so autoritär ist. So. Ich seh da eher so den anarchistischen Gedanken. Ich sag, ich erzähl dir, warum ich tue, was ich tue. Mach was da ... Woher ich diese Idee habe. Mach damit, was du möchtest. Mann, ich hab da ... Ich hab schon so viel Feedback bekommen dadurch. Also, meine Art und Weise hat halt auch einen guten Einfluss so. Weil ich hab ... Ich erzähl einfach und die gucken mich an, die gucken meinen Körper an, die gucken, wie ich so drauf bin und so. Und die denken sich, Alter, wenn der Typ ... Probier ich mal aus. Weißt du, was ich meine? Erfolgskonzept, weißt du? Ich mein, du zeigst ja, was daraus resultiert. Nerva. Ey, Bro, war ein geiler Talk, würde ich sagen, an der Stelle. Ich will dich nicht weiter abhalten. Du hast das Timing der Götter, Alter. Ich wollte gerade sagen, Ticker, ich brauch was zu fressen. Ja, du musst was essen. Nicht, dass du uns noch vom Fleisch fällst hier. Mein Freund, das wird momentan auch nicht passieren. Ich wünsch dir auf jeden Fall weiter viel Erfolg auf dieser Journey mit deiner Gesundheit und so. Und ich meine das wirklich ernst. Wenn du irgendwas brauchst, auch irgendwie Hilfe oder eine Unterstützung, Trainingsplan, weiß ich nicht, Ernährungstipps, was auch immer, Digga. Komm hier vorbei im Stream, schreib was rein oder schreib mir auf Insta oder was auch immer so. Ich bin am Start auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz, wie man so schön sagt. Ja, geil. Das war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken. Mir auch, ey. An der Stelle, falls du das Gespräch, was wir gerade haben, irgendwie noch nutzen möchtest ... Ja, ich lade das hoch, Bro, ich lade das hoch. Das ist geil. Geiler Talk. An der Stelle muss ich noch sagen, Imp ist der Beste. Was musst du sagen, ja? Wurde du bezahlt, sagst du? Nee, Imp ist tatsächlich mittlerweile ein Freund geworden. Ich hab den auch schon besucht. Stark. Schöne Grüße auf jeden Fall an den Imp. Mit dem muss ich auch mal wieder quatschen. Er ist so ein lieber Bastard, ich liebte. So, Chat. Geil. Ciao, wir sehen uns morgen an meine Pappenheimer. Kommt mal vorbei, hab euch lieb. Mach's gut. Wir können ja auch mal irgendwann wieder ein Update machen. Gerne, gerne, gerne. Können wir machen. Alles klar, Bro. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sympathiko, Bro. Geiler Talk, sag ich dir so, wie es ist, gell? Das war ein süßer Talk, jo. Sehr süßer Talk. Sehr sympathischer Dude, so. Ich mag solche Gespräche. Ist geil. Ist geil. Wir müssen auf jeden Fall, immer wenn wir geradet werden, immer mit den Leuten auch reden. Da sind immer echt sympathische Jungs und Mädels mit dabei. Eigentlich nur Jungs, ne? Mädels sind hier leider nicht so oft dabei auf Twitch, aber geiler Talk auf jeden Fall. Ich liebe euch. YouTube, ich werde es hochladen. Schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut bis dahin. Peace out. Gang. 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 Gang.